Das ist doch voll gut. Okay, ja, ein paar mehr. Nein. Hast du den? Hier auch nicht oben. Hier drinnen ist auch ne Kiste. War ich das? Ja. Da läuft noch einer weg. Shit, ich hab keine Munition mehr. Da fährt einer mit dem Auto. Bist du das? Ich bin, ähm... So müssen wir weg. Kann ich noch ne... Ich komme. Waren wir da laufen hier? Ich glaube, bei mir ist hier ein Haus. Wenn du es nicht bist, dann... Nee. Was setzt du da rumgesteppt? Dann ist es vielleicht ein Haus. Ich höre das Steps. Kannst du es? Okay. Okay. Oh, Mann. Es ist ein Schreinchen. Hier, hier. Laufen. Hier unten. Gehen wir hin? Hier unten. Gehen wir hin? Hier unten. Ops. Was ist das hier? wow und waffe leeren ja 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 Kommt einer mit dem Auto? Kommt einer mit dem Auto? Was ist das? Da läuft einer! Angehittet. Und die fahren trotzdem einfach weiter. Was für ein Wichser! Ist ja nicht weitergefahren! Ich habe mich angehittet. Wir müssen... Oh! Ich brenne! Das habe ich jetzt auch gemerkt. Hier! Ja! Oha! Voll getroffen! Der ist da in der Baum! Ich versuche ins Auge zu kommen, damit du Zeit gewinnt. Der ist enthart! Meine Güte! Ja! Lass mich einfach liegen! Okay! 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 So jetzt werden wir kurz, ja ohnehin... Cool! Okay! Synge! Hi, kommt. Okay. 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 Nope. Yeah. Okay. Okay. Rüber gehen oder rüber schwimmen? Hi. Schwimmt man schneller, wenn man springt? Was ist denn das so ne Waffe? Ja, dann cool. Okay. Yep. Okay. 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 So blau ist ja besser. Dann nehmen wir doch die blaue Wasche. Wir sollten weiter in den Kreis reinlaufen, oder? Okay. 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 hier ist das blaues oder du bist ja voll oder ja das kleine punkt ja nix ja Ich mach Ablenkung, du killst. Bleiben wir hier, oder? Da auf dem Berg um. Oh, mich hat ein Baum zerlegt. Wo ist denn der hin? Da im Holzgedings ist eine, ja, in der Richtung. Ich seh den nicht. Aber da ist die Stirn. Da müssen wir hinlaufen, oder? Da ist ein bisschen im Auge. Und jetzt? Ins Auge. Also nicht ins Auge gehen, doch. Oben auf dem Berg. T. 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 Natürlich. Mit einer Krone.